So, jetzt sind wir gerade in St. Peter-Ording und haben gerade den Verantwortlichen, den Nils, getroffen für das Marketing hier, der praktisch so ein bisschen die Fäden hier in der Hand hält, was die Organisation angeht und den neuen Strandverantwortlichen kennengelernt. Das ist der Sven, mit den beiden gerade gesprochen, noch ein paar Details geklärt für den Start, der dann ungefähr von dem Abschnitt hier erfolgen wird. Und was auch total interessant war, ich hatte noch so eine Frage, die mir immer im Kopf rumschwebt, da ist Helgoland teilweise zu sehen von hier aus und das haben die beiden bejaht. Allerdings immer, da müssen wirklich die Wetterbedingungen passen und für so 10, 20 Tage im Jahr, also es geht wirklich nur ganz, ganz selten, wenn wirklich alle Bedingungen passen, da kann man von hier aus Helgoland sehen, was da da drüben ungefähr 44, 45 Kilometer oder 48 Kilometer irgendwo dazwischen, weit draußen in der Nordsee liegt. Und das ist unser Ziel.